Weiter geht's mit der nächsten Mission. Diesmal steht da nicht Ende der Nachricht. So, alle anklicken, rauszoomen, äh, äh, Formation, und los geht's. Böser Stein, Böser Stein. 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 Wir sind unterwegs ins nirgendswo und zerstören Steine mit 50 HP. Bin schon unterwegs! Angriff! Ja! Angriff bitte! Angriff bitte! Jawohl! Ich mach sie verraten! Angriff! Angriff! Versterbungen einsatzbereit! Ja, und auf dem höchsten Niveau greifen die nur Kriegsmaschinen an, die im Radar reich weiter sind. Und jetzt muss ich das Verhalten wieder runterstellen, weil sonst machen die Quatsch hier hinten. Ja, ich gehe sofort los! Okay! So, jetzt müsste ich hier hinten, wenn ich's anklicken könnte... Jawohl! Diese Sachen... schon auf dem Weg... Ja! Begebe mich zur Baustelle! Ha? Du wolltest dir die Mine... Begebe mich zur Baustelle! Ja! Ja! Ich gehe sofort los! Ja! 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 Ich gehe sofort los! Ja! Ich gehe sofort los! Die Türmchen! Natürlich! Dann kommt auch sofort der Dussel! Ja! Mit Gott sei Dank greifen die immer die Einheit an, die sie als erstes auf den Radar... Wo denn? Jetzt kommt mir die ganze Rotze entgegen Das ist irgendwie gerade nicht so leicht zu ziehen Okay, ein bisschen nah, nah, nah Die Tür war um die selbe Reichweite wie ich Aber wenn man sich ganz vorsichtig ran nippelt, dann schießen die nicht zurück Ich darf übrigens nicht aus der Maschine raus, weil dann geht der Entstreut vor und schießt weiter Aus irgendeinem Grund ziehe ich nach oben Das ist jetzt auch irgendein Bug Der eigentlich nicht im Spiel ist Aber dadurch kommt, dass ich das auf einer virtuellen Maschine spiele Aber wenn ich die Türme hier weg habe, dann muss ich nicht mehr befürchten, dass meine Leute da sind Dann muss ich los reinrennen und immer Schaden nehmen, bevor die zurückschießen Wenn die erst vorgehen, dann merken, dass die angeschlossenen Wendungen sich dann erst verteidigen Und dass ich irgendwann langsam da rumziehe, nervt grad ein bisschen sehr Das könnte in später ein bisschen ein echtes Problem werden Egal, das hätten wir geschafft, Escape-Taste ist verschwunden So, und das war die Innensicht Und ich hab denselben Begeben Gebäude eingenommen Gebäude eingenommen, sehr gut Ja, Gebäude eingenommen Erwander im neuen Auftrag Na, geh kaputt 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 Es... hopp So Ich... das Ding da unten muss ich nicht reparieren Ja, begeben mich sofort Oh, vermutlich angegriffen Deswegen muss ich das reparieren Ja, schon auf dem Weg So Und jetzt ganz schnell Zack Jawohl Bin schon unterwegs Was Bin schon unterwegs Was Was Verstärkungen einsatzbereit In Ordnung Na, Patrouillium braucht ihr nicht So Verhalten wieder auf normal Okay Verstärkung abholen Oh, was wertvolle Einheiten Das ist ja das Das ist ja das Sehr gut Sehr gut Jetzt brauchen wir D, D, D D D Dings kann man brauchen Dings kann man brauchen Okay, machen wir mal ein Militär Was ist denn auch hier unten irgendwo hin Was ist denn auch hier unten irgendwo hin Wo hier Begebe mich zur Baustelle, ha? Begebe mich zur Baustelle, ha? Okay Ah, ich weiß grad nicht wie weit man hier technisch reden kann Begebe mich zur Baustelle Begebe mich zur Baustelle Okay 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 Dann brauchen wir wieder einen davon Dritte Mission Dritte Mission Ich glaub die Reihenfolge war für den Arsch, aber macht nichts Macht nichts, das sollte reichen Macht nichts, das sollte reichen Ja Ah, ne Ja Gehen wir mit den wertlosen Einheiten mal Spionage Tour Obwohl kann ich nicht Okay Ich brauche Diesen Kollegen Ich gehe sofort los Jawohl Ja, ich gehe sofort los Baufertig Okay Ja Ja Du brauchst, äh Das Ding da jetzt nehmen Begebe mich zur Baustelle Ja Große Dings Transporter bereit Zurzeit befindet sich eine technische Anhalt im Labor Transport wird durchgeführt Ich werde abgegriffen Ja Kann ich grad nichts dran tun Äh Noch eine Technische Ja Jawohl Ja Wieso Hast du dir noch grad anvisiert Transporter bereit Werde angegriffen Werde angegriffen Zielen aber Okay Kann ich darum zielen Ja Äh Ich häng irgendwo fest Hilf mir Okay, danke Ach doch Da kommt irgendein Scheiß Ach doch Okay Okay Jetzt ist hier nämlich irgendwo So'n Tümpchen Und der vernichtet alle meine Einheiten mit einem Schuss Hat aber ein bisschen weniger Reichweite wie diese Einheit Ja Ich häng trotzdem dazu da rein zu laufen Weil wir ihn ruhig nicht Und irgendwann Wenn dieser Turm mal tot ist So Kann ich Gucken Das ist so scheiße da Okay Ich gehe sofort los Da muss ich mit ein bisschen mehr Druck rein Okay Ja Bin schon unterwegs Ich mach's Ich mach's Ich mach's Verstehung Anweisbereit Was? Riema Betriebsbereit Okay Ja Hier ist meine neue Verteidigung Okay Was? Ihr bleibt noch mal hier Ich gehe sofort los Entwicklung abgeschlossen Werde angegriffen Sieht echt übel aus Ja Was machst du denn? Ja Bin ganz schön mitgenommen Okay Sieht echt übel Achso ich wollte keiner was wussten Ich dachte schon gerade wieso kann ich nichts bauen Aber Den kann ich abholen Was schaffen wir nicht hier Ja Ich gehe sofort los Ja Aufgericht Aktion Angelaufen Komm mal mit mal rum Wenn ich mich recht entsinne Ich noch Ach Jetzt habe ich hier nicht aufgepasst Was? Jawohl Es wird uns abgeschlossen Die Letzten Aufgerichtsaufgabe Hat begonnen Was? Wirst du wohl nach vorne? Ja Jawohl Nein Die wertlosen Einheiten sollen nach vorne Du Ja War nach vorne Du musst die Kugeln Waffen werden geladen Bin ganz schön mitgenommen Sieht ein Sehr gut Bin ganz schön mitgenommen Bereits im Kampf Ach Was? Okay Es erholt sich so einmählich Oh Das wird jetzt einen Moment dauern Ich kann tatsächlich schon die Stärken bauen Ich kann tatsächlich schon die Stärken bauen Hm Möchte ich nicht? Achso ja Konnte ich nicht Ich kann nicht Ich habe schon lange aufgehört zu klicken So Zack 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 Verstärkungen eingestellt Verstärkungen eingestellt Okay Das sollten die letzten Verstärkungen sein Ja Und Dann Schon auf dem Weg Wollen wir doch mal Spiel speichern Neu Spreicher Speicher Eins Okay Okay Jetzt sind die anderen Speicherstände Sind alle die aufs vorherigen Let's- Äh Let's Play sorry Schon aufs vorherigen durchspielen Die Mission Und jetzt gehen wir noch mal Attacke machen Und was wollen wir an, dass der kaputte Spons vor noch steht Aber die wollen diese Freiburgkeiten Obwohl da nichts wertvolles hergestellt wird, nur zivile Einheiten Naja Waffen werden geladen Ich gehe sofort los Ich gehe sofort los Unverfolgbeschuss Unverfolgbeschuss Unverfolg Unverfolg So Mach mir die scheiß Fabrik da mal weg Das ist das Problem auch erstmal Brenne Nein, Brennen macht übrigens keinen extra Schaden Schon auf dem Weg So jetzt muss ich jetzt mal gucken, was war die Missionsziel Missionsziel war Missionsziel war POT POT Also POT Gut 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 Die Einheiten kommen alle von oben Alter, wieso haben die den Crusader... Tötet Crusader! Alter, er hat zweimal Sachen vernichtet, das geht dir gar nicht. Ist ein bisschen unfair für die erste Mission. Ich gehe sofort los! Okay, Entwicklung abgeschlossen. Das heißt, du müsstest den hier bauen können. Einer reicht, einer reicht, einer reicht. So. Dicken Transporter schicken wir uns noch einen. Wie viele Ressourcen sind da eigentlich? Oh, 6000. Das reicht ja dicker. Verteidigung habe ich auch noch ein bisschen. Okay. Wir kommen in die Seite. Wir gehen wieder mal weiter Richtung... ...materieler Strom. Gucken wir uns über... Gucken wir uns noch mal... Ist hier noch irgendwas... Nö, sieht nichts Interessentem aus. Ok. Äh. ... Hä? Licken die hier sofort los! So. Wovon war mal gucken, ich muss hier aufpassen... Licken die hier sofort los! Ich meine hier irgendwo kommt noch so ein böser, böser Turm... so einer. Gehen wir sofort los! Die sind tödlich und müssen entfernt werden... dringendst. Wir haben kein Baumaterial mehr. Ach Gott... dieser Typ, wo kommt der her? Macht mich einfach prögernd. Ich bewege die Maus nicht, warum bewege es nicht nach oben? Mach das nicht! Geh mal kap... Diese Tür... okay. Ich werde angegriffen. Wir haben entriebsbereit. Okay. Bau fertig! Erwarten neuen Aufmerksamkeit! Unverzöcklich! Unten haben sie eine neue Fabrik hergestellt. Konsumtionen... Sehr gut. Jetzt kann ich schon ein bisschen bessere Sachen bauen, wie zum Beispiel die Fabrik für mittlere Einheiten, die jetzt noch nichts produzieren kann. Äh... besseren Locator braucht kein Mensch. Ja! Begehele ich zur Vorstelle! Ja! Ja! Joach! Schon auf dem Weg! Jetzt... Witz! We have been the spirit! Okay, wo kommt der Vogel? Achso, das ist nur so einer. Ja, egal. Schon auf dem Weg. Rieper bleibt mir das dann wohl. Immer dem Materiestrom entgegen. Echt schwierig, wenn man so ne Nachdrückerei drin hat. Ich werde abgängig fühlen. Die Entwicklung der nächsten Aufgabe hat begonnen. Schon auf dem Weg. Gucken wir nochmal vorsichtig hier voran. Das wär's dann wohl. Damit neigt sich auch diese Mission zu Ende. Wie man sieht, hier muss man auch nicht allzu sehr auf Einheiten aufpassen. Allerdings sollte man schon zu sehen, dass wirklich viele AfD selber schießen. Sonst ist hier Quatsch. Alles Quatsch. Alter, wie viele Transporter der Typ hat! Schon auf dem Weg. Ich werde Wacken getroffen. Was ist das abartig? Ich komm gar nicht zum Kämpfen, weil ich hier nur Transporter inzwischen hab. Hier geht das schon ein, da können wir dich nicht angreifen! Du solltest den nicht angreifen wenn du zu einer gegen Aschen Einheit stehst, du kriegst du Schaden. Alter wie viele sind denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, warte scheisse. Ich hab gar keine Lust zu zählen, so viele sind das. Ich mach hier ne Jahresproduktion an Transportern kaputt. Ich hoffe, er verzeiht mir das. Ich geb ihn mal weg. Ne, sollten schliess Christus schaden. Immer noch. Werde angegriffen. Gleich viel Zeug. Haben wir's gleich. Nicht auf die zu gehen. Du kriegst schaden, wenn du zu nah dran wirst und die haben dich getötet. Okay. Angriff. Okay, ich lasse die Transporter erstmal rummachen, dieses Werk für gegnerische Einheiten mal kaputt und die ganze Produktion hier hinten. Okay. Okay. Dann fangt ihr immer auf an eurem Kollegen an zu greifen. Das wird man wohl. Reeper betriebsbereit. Reeper betriebsbereit. Und... Boom. Das wird man wohl. Mein Gott. Das wird man angegriffen. Waffen wird geladen. Waffen wird geladen. So. Die Fabrik weg. Entwicklung abgeschlossen. Die ganzen... Waffen wird geladen. Waffen wird geladen. Wafferetoid werden geladen. Unser Vorrat an Bau-material geht zu Ende. Ja. Ja. Ok. Mach nur noch mal in den Verteidigen. We have it, we have it already. We have it already. Jawohl! Angriff! Ja! Schon auf dem Weg! Waffen werden wir! So. Und jetzt kann ich hier... Kann ich die... Was haben die überhaupt mit Plasma-Kanonen? Kann ich hier noch weiter forschen? Nö. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ja! Halt, wir müssen noch eine ganze Menge Bombeister haben, die hier irgendwie durchliegen... Ich bin hier angegriffen! Achso, ich dachte, ich schieße dich schon wieder gegenseitig ab. Das wär's dann wohl! Wir haben dich vorbereitet! Begebe mich zum Aufstellen! Ja! Ich gehe sofort los! Abstand! Das wär's dann wohl! Mach den Stein kaputt! Ich gehe sofort los! Waffen werden geladen! Ja! Halt! Muss ich auch fast jetzt! Ich muss jetzt nicht... Komplett zerschießen! ... Ja! Waffen werden geladen! Ja! Jawohl! Waffen werden geladen! Ja! So! schon auf dem weg mach kaputt und die haben wie viele ressourcen ich will nicht den schrott wissen ich werde es mir da reif bekommen da 1.750 35 450 das ist ja nicht so viel die haben das auch egal so mission ist gleich geschafft welch kunst welch kunst 1000 ich glaube nicht dass ich das gebäude noch einnehmen werde bevor es zerstört ist jawohl ich gehe sofort los und siebtes mal gebäude eingenommen erwarten neuen auftrag ja gewonnen na wie viele einheiten habe ich diesmal selber vernichtet durch eigenvernichtung einfach achja videos laden ja nicht da ist gerade ein video gewesen was nicht lebt äh und wir haben 10.000 äh Verluste an Maschinen 27 und wo steht nochmal vernichtete Maschinen 25 und wieder 2 ich muss jedesmal 2 Maschinen selber vernichten naja gut das war also die dritte mission von Maschinen w w w w w w